Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung zu den Filmen The Owners. In diesem Film geht es um die drei Jungs, Gaz, gespielt von Jack Curran, Terry, gespielt von Andrew Ellis und Nathan, gespielt von Ian Kenny. Diese drei kommen auf die super tolle Idee, ein reiches Doktorenpaar auszurauben und haben aber das Auto von der Freundin von Nathan, nämlich von Mary, gespielt von Maisie Williams, die natürlich dann ihr Auto braucht, um zur Arbeit zu kommen, aber die Jungs wollen ihren Plan unbedingt durchziehen. Ja, als das Doktorenpaar Alan Huggins, gespielt von Rita Tushingham und Dr. Huggins, gespielt von Sylvester McCoy, dann das Haus tatsächlich verlassen, brechen sie in das große Haus ein und säen sich dort um und schauen, was sie mitnehmen können. Dauert aber etwas zu lange und die Huggins kommen wieder zurück und die ganze Sache gerät ein wenig und ein bisschen mehr außer Kontrolle. Ja, was kann man zu diesem Film sagen? Also erstmal muss ich sagen, ich finde den Film interessant, alleine schon mal wegen den praktischen Effekten, also keine CGI-Spielerei, dies, das oder so. Nein, alles back to basic. Und dann muss ich sagen, die Schauspieler haben eine sehr gute Leistung abgeliefert, also es hat mir aus der Perspektive auch sehr gut gefallen. Dann, das Ganze drumherum war auch sehr stimmig, alles so in einem Haus gespielt hauptsächlich und ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Die Horro-Elemente wird den einen oder anderen mit Sicherheit auch ganz schön Gänsehaut bereiten und ja, das sind diese positiven Aspekte. Der Film ist auch mit 92 oder 93 Minuten auch nicht sehr lang, daher ist das Erzähltempo auch sehr knackig. Negatives, ja, die Story ist manchmal ziemlich wild, sage ich jetzt mal. Es geht manchmal ziemlich schnell hin und her und manchmal machen die Charaktere auch ziemlich schnell irgendwelche Änderungen an ihren Charakter und so. Passt alles, zwar in die Story rein, passt auch alles irgendwie in den Film hinein, aber boah, da geht es manchmal ganz schön ab, wo man sich denkt, joa, joa. Also von daher, also der Film ist echt super, aber ist jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so geil wie zum Beispiel Filme wie Get Out oder so. Das sind ja ganz andere Klassen, muss man auch sagen. Aber für das Budget, was sie wahrscheinlich nur zur Verfügung hatten, haben die eine Menge rausgeholt. Das muss man nennen lassen, wirklich eine Menge rausgeholt. Das war alles gar nicht schlecht. Ja, und nach der Werbung für meinen Shop kommen wir auch zur Bewertung. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Leute, schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Zwischen drei und vier Totenköpfen. Weil der Film einfach wirklich schon einer der besseren Horrorfilme dieses Jahres ist. Dieses Jahr habe ich ja schon so einige gesehen. Die waren jetzt alle mehr so, von teilweise mehr so geht so, bis hin zu interessant. Und dieser ist auf jeden Fall wieder einer von diesen interessanteren Horrorfilmen. kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, nächste Woche geht es in den Film Monsieur Claude. Der irgendwie so eine Familienfeier ausrichten möchte, etc., etc. Wo es dann wohl auch wieder so ein drunter und drüber gibt. Ja, das ist das, was ich euch zu sagen habe zu dem Film. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.